Hallo, ich bin heute in Seekirchen in Österreich am Wallersee. Hinter mir seht ihr unsere Privatuniversität Schloss Seeburg. Wir haben seit Freitag und heute mit Samstag unseren Diplom-Lehrgang Online Marketing Manager 2017. Erste Durchführung. Seit gestern und den ganzen Tag heute ist mein Freund Karl Graz dran. Es sind spannende Themen, die Karl auch wieder hier mitgebracht hat. Es geht um die Findbarkeit, es geht um Resonanzfähigkeit. Eigentlich geht es um das komplette Marketing im Bereich des Online-Marketings. Und aufgrund der großen Nachfrage, die wir dieses Jahr hier am Campus in Seekirchen hatten, für diesen Diplom-Lehrgang, überlegen wir uns und haben uns dazu entschieden, wir haben es gestern nochmal besprochen, dass wir im zweiten Halbjahr, also im Sommersemester, Wintersemester 2017, das heißt beginnend im Oktober, nochmal einen Lehrgang, 2017 Diplom-Lehrgang Online Marketing durchführen werden. Zwar nicht hier am Campus, weil wir hier momentan voll sind, aber wir werden den Lehrgang durchführen in München an unserer Partnerhochschule. Hochschule für das angewandte Management in München Ismaning. Start wird sein, das ist eben hier eine kleine Vorinformation. Starten werden wir, so wie es aussieht, Ende September, Anfang Oktober. Es werden wieder zehn Präsenzen sein, mit Top-Trainern. Karl wird auch wieder dabei sein. Ohne ihn geht es eigentlich gar nicht, weil er einfach so der Inputgeber ist für das Thema Online Marketing. Dann weitere tolle Dozenten, wie immer. Und wir werden zehn volle Präsenztage plus sechs Monate Online Learning, also Blended, im Blended-Verfahren. Ihr bekommt dann Unterlagen, die ihr vielleicht noch nachbereiten müsstet. Das Ganze mit Prüfungen, weil dieser Kurs, dieser Diplom-Lehrgang ein Hochschulzertifikat ist, das eben die Seeburg hinter mir, die Privat-Universität Seeburg hinter mir ausstellt. Und deswegen werden eben hier diese 30 ECTS-Punkte, ich schreibe es euch unten mal rein, hier auf meinem YouTube-Channel werden diese 30 ECTS-Punkte gefordert. Das heißt, wir müssen in den unterschiedlichen Themenbereichen, die wir hier anbieten in diesem Kurs, müssen wir dann eben auch Prüfungen schreiben. Sollte irgendjemand schon vorreservieren wollen oder Interesse haben an dem Kurs, ihr könnt mich gerne anrufen. Ich gebe euch meine Nummer 0171 358 2159. 0171 358 2159 oder auf dem Institut Minus Online Kommunikation, da werde ich den Kurs, die zweite Durchführung, also beginnend Ende September, Anfang Oktober 2017 in den nächsten Wochen noch genauer beschreiben. Das war nur eine kleine Vor-Info, weil eben sehr, sehr, sehr viele mich anrufen und fragen, Mensch, wieso ist der Kurs schon wieder voll jetzt mit 20 Leuten und wieso bietet ihr das nur einmal im Jahr an? Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es zweimal im Jahr machen. Einmal hier in Sekirchen, also gleich bei Salzburg in Österreich. Und die andere Durchführung wird dann in München, Ismaning, an unserem Campus sein. Also beides sehr gut zu erreichen. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, eine kleine Vorab-Information hier auf meinem YouTube-Channel. Und ich hoffe, ich kann euch dann zeitnah mit weiteren Details zu diesem Kurs dienen. Und wie gesagt, der Kurs sehr, sehr günstig. Auch wieder, da wir es mit der Hochschule machen, da wir es mit der Uni machen, eben nur 2.950 Euro. Stellt euch vor, zehn Tage Präsenz, Top-Dozenten und dann nochmal diese sechs Monate Online-Betreuung, also betreutes Selbstlernen. Das ist schon ein Top-Preis, den man einfach nicht so schnell rocken kann. Und wir werden den auch im Herbst wieder beibehalten. Also, ich melde mich in den nächsten Tagen und ja, schönen Tag noch. Tschüss, euer Peter.